Hey, hier ist euer Billy Rubin wieder mit Kaizo, Mario, Abscheißen, auf Doom, Coden, so ja, und Andi ist wieder mit mir im Boot und das wird auch weiterhin so bleiben bei diesem Projekt, weil sonst schaffe ich das überhaupt nicht. Bis zum bitteren Ende bin ich dabei. Ja, ähm, warte mal, Hitler. Okay. Ich glaube, der Adolf hat gesiegt, weil es saven nicht geht. Das ist perfekt. Ja, warte mal. Ja, die heißen so. Ja, aber so hoch, guck, testen nochmal. Adolf Hitler? Und die beiden habe ich hier? Ja, das passt. Irgendwas hat er abgefickt, naja, egal. Ja, jetzt starten wir aber das Spiel wirklich. Okay. So, Ähm, Andi hat schon gemeint, dass dieses Level richtig widerlich ist zum Kotzen und riecht nach getrockneter Pisse. So können wir jetzt mal anfangen hier. Oh mein Gott, die Musik hasse ich eh. Du brauchst den Yoshi. Blk, blk, blk. Wat, wie? Ja, da steht, äh, fick deine Mutter in die Muschi. Ne, ähm. Schon mal, schon mal Hitler jetzt gewesen. Okay. Wieso das nicht in Safe State? Ja, ich hätte immer, ich gehe immer automatisch auf die Hitlerbox, ne? Oh, Alter. Auf die Hitlerbox. Wie soll man das? Du musst so time aim, am besten, so vor, vor springen, bevor das Ding wieder, bevor das Ding kommt, so kurz, oder bevor das Ding wieder von unten kommt. Ich glaube, ich habe es hier peilt. Nein, habe ich nicht. Äh, es scrollt auch noch der Nazi. Ja, natürlich, es scrollt auch noch viel schöner. Aber gucken wir erst mal. Ey, ich hate scrolling. Okay, jetzt habe ich den scheiß Yoshi auf Doom. Hey, ah. Er muss natürlich auf Notenblock, ne, ist natürlich klar. Ah, ich hasse Notenblöcke. Ich save nach jeder Scheiße. Ohne Mist. Ja. Musste machen. Okay. Ich mache es auch so, also. Ich finde es echt gut, dass du zuerst den... Und dann chillst du jetzt mal eine Runde auf Notenblock ein bisschen. Ah. Okay, das war jetzt... Ist, ist. Ja. Das sieht nach... Du kriegst ja schon am Anfang nicht geschissen. Ich kriege nichts geschissen. Ich will dich ja nicht ripoffen, aber Japaner! Ja, dieser Japaner hatte kein Leben. Ich kann bei mir nachgucken, wie er heißt, einen Moment. Der hieß No Real Life. Oh Gott! Oh Gott! Fuuuuck! Fuuuuck! Ja, das Level ist ein bisschen Hitler. Bisschen! Das ist jetzt nicht wahr, Alter! Fuuuck auf! Alter! Das ist ja da oben! Oh mein Gott! Wie weit geht er auch nicht mehr, ne? Ey! Ja, fett dich doch, ey! Fett! Oh je, das sieht gut aus! Was sag ich scheiße? Das war mein Kopf, übrigens. Oh mein Gott, ey, ich kriege mich nicht ein, ey. Ey, wie du Kaiser spielst, das hab ich noch nie gesehen, ne? Also so eine Unprofessionalität bei Kaiser hab ich noch in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ja, siehst du mal, was ich kann, ey. Man, Hitlers Keller gesessen, wo sie es programmiert haben. Hitlers Bunker waren sie gesessen. Oh ja. Und haben auf Windows 1.3 mit Asbestplatten drin, haben sie den Scheiß hier programmiert. Alter, echt! Die haben Asbest gekokst, die Wichser. Ja, Alter. Nö, 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 leck halt, du Hitler! Echt, Mann! Ja, unprofessionelle Emulatoren of shit, ey. Ja, die scheiß Emo-Piraten. Fresst, ey, die fressen doch Schnitzel aus Menschenfleisch, die Wichser. Langsam ist echt befeierlich, die scheiße hier. Oh, fuck, ich hätte sie jetzt essen können! Nazis. Nazis überall. Nazis. Alter, ich weiß. Ich kann mich nicht mehr ein, ey. Sorry. Ja, ich kann auch mit Lachschwüller sehr schlecht zocken. Also nach dem 50. Mal Nazi kann ich nicht mehr Ausnahmen machen, ey. Wie schafft man das ohne Hässlinge? Fucking Slowdowns! Oh, Slowdowns ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also, ja, gut, ich habe da ein bisschen Erfahrung, aber... Jetzt, jetzt! Woo! Safen, direkt safen. Safe doppelt. Alter, ich save 80-fachen, ey. Wegen Hitler save ich 80-mal, ey. Hast du hier noch einen zweiten oder nur einen? Ja, irgendwie hat er nur einen gemacht. Ja, dann mach noch einen jetzt. Na, auf 1 und 0 einfach. Hier, hier. Hier habe ich noch einen hässlichen Wichser. Jetzt kommt gleich was. Das musst du fressen. Was, diesen Feuerwechser? Ja. Ey, wieso kann ich... Du kannst dich auch schmeißen oder was weiß ich. Alter! Der Zacken liegt am Boden und kann mich trotzdem noch killen. Wer wusste denn das? Yep. Das ist doch scheiße. Hitler hat's ausgekackt, das Spiel. Das ist ein scheiß braulen Fascho-Arschloch. Safe nicht vergessen. Ja, ja. Kann man das fressen? Nein, kann er natürlich nicht, der nutzlose, hässliche Bastard. Kann man da drauf spinjumpen oder was? Ja, aber du musst ja, Yoshi, mit. Du musst einfach rüber springen. Ich dachte, ich muss jetzt so... So, da musst du warten. Oh, ja. Auf dem... Knochenwix. Warte, warte wirklich bis... Also, stell dich bis er da links und warte wirklich bis... Bis das Ding sich fasst hat. Das Ding musst du übrigens auch fressen. Puh, Nazis. Das Ding musst du auch fressen. Ah. Und dann weiter. Alter! Alter, warum schaffe ich das überhaupt nicht mal von? Ich muss mich nicht so annähernd irgendwie hingekriegt. Die Scheißen hat sich scheiße entdeckst. Sie können sich doch das Knie abreißen, ey. Mit einer Machete können sie sich abhacken. Im Prinzip musst du... Ja, nice. I made it. Hitler. Und den natürlich auffressen. Und dann aufs zweite... Oh, fuck, den muss ich aufwressen. Ja, klar. Boom. So, und dann aufs zweite Stelle ein bisschen warten. Musst wieder warten, bis es nachscrollt. Und dann springst du erst gerade nach oben und ziehst dann nach rechts. Okay. Weil du musst da so rüber. Okay, 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 okay. Du musst da so auf der Scheiße da landen. Oh! Das war zu viel gescrollt. Okay, okay, okay. Oh, alter. End. Ja, das ist ein bisschen... Oh, fuck. Ich glaube, ich hätte es geschafft und ich habe aber aus Instinkt geladen. Oh, das kenne ich. Oh, Nazis überall. Bisexuelle Nazis wollen mich töten, Alter. Echt mal, alter! Ist das ein Hitler-Spiel? Yes! Yes, leckt meine Hörer! Safe. Mach doppelt safe. Ja, stimmt. Ist von Vorteil. Muss man den essen da oben? Ah, den musst du auch fressen. Hitler, wie? Du schmeißt... Oh, ähm, warte, wie spät hast du... Wie früh hast du... Ich weiß ja nicht, der erste Safe war doch früher, oder? Weil das muss relativ schnell gehen. So, circa, nur dass ich nicht in den Abgrund knall. Ey, die hässlichen Nazis. Die hässlichen, picklichen, arkenen Nazis auf du. Die hässlichen, Alter! Okay, yes! Okay, so schein war das jetzt gar nicht. Safe, safe. Und dann, äh... Jetzt frisst du das auch noch? Was, dieses hässliche, gelbe Furzelfiech? Yep. Yep. Was für ein Viech? Das hässliche, gelbe Furzelfiech. Gnusch, na kack, nur knuck, leck mich, Yoshi, du hässliche... So, jetzt auch Doppelsafe. Auf jeden Fall ein Doppelsafe hier. Safe 7 wird jetzt sogar schon benutzt. Scheiße. Du stellst dich nämlich jetzt vor dieses blaue Kack-Ding und wartest, bis du fast erdrückt wirst und dann... und dann nimmst du es. Was mit Yoshi? Du musst mich jetzt fliegen, ein bisschen. Du musst nämlich jetzt fliegen. Muss ich echt so lang warten? Ja, ja. Und dann musst du das ein bisschen timen. Weil das ist nicht ganz einfach. Du musst ein bisschen unten, dann wieder hoch und wieder runter. Das ist ein bisschen assi. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich bin ja auch schon... Ja, Alter! Scheiß Flamme auf Hitler! Hitler hat Chili gefressen und hat einfach mal gefurzt, der hässliche. Alter, das... Ja, 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 ja! Ja, komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Jetzt, komm, das schaffe ich auch noch. Jetzt da oben hin. Oh, Alter! Und hier ste... Oh! Scheiße, manche immer. Die manche sind echt mein Tod, ey. Ja, auf die manche kannst du ja laufen, mit Yoshi. Ja, stimmt, Alter. Oh, fuck. Ich hab... Ich zocke echt viel zu wenig SMB. Ich check's gar nicht. Ich komm... Ich check nicht mal den Grunddingen von dem hässlichen Spiel. Oh, fuck, fuck, Flamme. Oh, fuck, fuck! Okay, cool. Diesmal sieht's nicht schlafen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt direkt nach unten durch da. Und jetzt hoch. Safen. Oh, yes, nice. Scheiße! Geil! Und jetzt... Jetzt kommt ein Yoshi-Jump. Du lässt dich runter... Du musst ein bisschen warten mit dem Scrolls. Lässt dich runterfallen. Okay. Und dann springst du ab mit Y und A. Oh, okay. Oh! Stimmt, der hat jetzt keine Flügel mehr. Ich geh mal vorne an den Rand. Oh, fuck, wie springt man ab? Spinjump war das doch, oder? Ja, klar, mit Spinjump. Y und A und in die richtige Richtung, natürlich. Oh, fuck. Ey, der... Hässliche Block. Yes! Alter, leck mir die. Nicht die Hälfte einsammeln. Nicht die Hälfte. Oh, fuck, hab ich bereits gemacht. Dann kannst du die Stelle hier vergessen. Schaffst du nicht, wenn du groß bist. Mach ein Rewind oder load. Ja, wie soll ich die jetzt nicht einsammeln? Ja, das geht. Ja? Mhm. Einfach ganz, so nach links. Ganz, ganz eng nach links. Ah, okay. Und dann savest du hier erstmal doppelt, auf jeden Fall. Weil jetzt kommt was, das ist nicht lustig. Hab Spasten pur, ey. Was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist ziemlich jüdisch. Mann. Ey, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ich scheiße auf alles, ich schaff das. Oh, ah. Der Amato ist so ein hässlicher Fettsack, der seinen Arsch nicht nach rechts bewegen kann. Oh. Du musst dich runterfallen lassen. Und unten greifen und dann direkt da safen. Ey, du musst dann safe haben. An der linken Pflanze, ne? Und möglichst weit unten, möglichst weit rechts musst du auf der Pflanze halt greifen und dann rüber springen, damit du bist irgendwie irgendwie und dann direkt wieder nach oben drücken, um zu greifen. Und dann direkt B-Spam, um nach oben zu kommen. Ey, Scrolling-Scheiße, ey. Fuck, fast. Oh, die hässlichen Scheiß-Nazi-Pflanzen, ey. Der Hitler geraucht, Alter. Und du redest viel mehr über so'n Kack, also genau über so'n Nazi-Kack in der LPS wie ich, ey. Ja, ich hab mittlerweile auch immer Thumbs down oft auf meinen Videos. Alter! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Leck mich fett, Alter! Dieser hässliche Assi, ey! Kann Megaman in die Kiste! Boah, jetzt war ich grad drauf und jetzt hat er mich schon wieder gesqu- Alter! Ich weiß grad, war ich drauf und da squasht mich die scheiß-Scrolling-Action. Alter, Nazis überall. Ey, ich kann's nicht oft genug sagen! Ey, das stimmt, das fährt nachher auf mich ab. Ich mein, der geht ja eh schon teilweise so, aber nicht so oft so abwechslungsreich wie du. Deswegen dann, nachher fang ich auch noch an, in meiner Pizza zu reden, das ist nicht gut. Ja, es tut mir sehr leid. Nee, schon, okay, mach ruhig weiter. Alter, Scheiße, nein! Weißt du, das ist immer so knapper als... Am besten auf der Pflanze safen, ey. Ja, das nützt ja nix. Ich kann ja... Alter, die hässlichen Nazis mit ihren fucking Penis-Gesichtern. Alter, fressen sie Pudding aus Eiter, Alter, und dann spielen sie Kai so. Okay, dann kann ich's komplett vergessen, Alter! Ah, fuck. Fuck. Vielleicht sollten wir für heute pausieren. Ah, ohne Fortschritt auf Doom. Ey, nee, ich glaub echt... Doch? Ich glaub echt, das pack ich heute echt nimmer. Alter. Also ich glaub, wir lassen's für heute, oder? Echt, das ist mir viel zu nahe zu, die ganze Scheiße. Also ich glaube, wir lassen's für heute, oder? Und ich glaube, wir lassen's für heute... Ich glaube, wir lassen's für heute mal kurz. Vielen Dank.